In diesem Video geht es um den wichtigen Begriff der linearen Abhängigkeit bzw. linearen Unabhängigkeit. Und wir starten dabei mit einem konkreten Beispiel und zwar damit, dass wir eine Kiste hochheben wollen. Das heißt, wir möchten eine Kraft nach oben auf so eine Kiste ausüben. Und im ersten Schritt gehen wir wie folgt vor, wir abstrahieren davon. Wir abstrahieren so ein bisschen von der Kiste und wir sagen jetzt, okay, wir haben einen Massepunkt hier angegeben in einem Koordinatensystem und darauf möchten wir eine Kraft ausüben. Diese Kraft können wir durch einen Vektor darstellen und das Ganze jetzt berechnen und beschreiben, formal. Und was wir eben sagen wollen, ist, wir holen diesen Kraftvektor C. Den wollen wir nutzen, um so eine Kraft vom Nullpunkt aus zu beschreiben, die wir anwenden wollen mit den Koordinaten 0,4. Nun können wir aber die Kraft nicht direkt ausüben, das heißt, die Kiste können wir nicht direkt hochheben, sondern wir stellen uns vor, aus gegebenen Gründen könnten wir die Kraft nur im Winkel von 45 Grad was anwenden, weil wir unter Umständen jetzt nach oben keine Möglichkeit haben, da was zu befestigen oder sowas. Das heißt, hier die Kräfte sollen nur im Winkel von 45 Grad wirken können. Und auch das wollen wir formal beschreiben und dazu gibt es diese beiden Vektoren A und B. Das sind die möglichen Richtungen, in die wir Kräfte wirken lassen können. Einmal in die Richtung 1,1, hier auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite in die Richtung minus 1,1. Und jetzt natürlich die spannende Frage, ist es mit diesen beiden Kräften möglich, wenn wir nur die zur Verfügung haben, die aber auch beliebig skalieren können und zusammenfügen können, ist es dann möglich, die Kiste anzuheben. Wenn Sie jetzt an solche Seilkonstruktionen oder sowas denken würden, würden Sie natürlich direkt darauf kommen, ja, das ist möglich, wenn man entsprechend eine Kraft in die Richtung und eine Kraft in die Richtung anwendet, dann würde natürlich eine Kraft nach oben wirken und so zusammengesetzt werden. Und auch das wollen wir natürlich formal beschreiben und das machen wir dadurch, dass wir sagen, naja, wir nehmen den Kraftvektor, Vektor A, verlängern den. Also wir skalieren den mit dem Faktor 2 und addieren dann den anderen Vektor auf. Das ist die formale Beschreibung dessen, dass wir in beide Richtungen, zum Beispiel Seilen oder sowas, ziehen würden und wir gucken dann an, welche Kraft daraus resultiert. Also wir nehmen den Vektor und addieren den Vektor auf und wenn wir das machen, können wir diesem Vektor folgen und sehen, auf diese Weise können wir genau unseren Zielvektor C herstellen, den wir haben wollen. Also wenn wir den linken Vektor haben, was 2B ist, das ist dieser Vektor minus 2,2. Der Vektor 2A ist 2,2, wenn ich die beiden aufaddiere, minus 2 plus 2 kommt die 0 raus, 2 plus 2 kommt die 4 raus, kommt genau der Vektor raus, den wir haben wollen und die Kraft nach oben. Das entspricht auch genau unserer Anschauung, unserer Idee, die wir sonst gehabt hätten. Formal betrachtet können wir eben diese beiden Vektoren, die Ausgangsvektoren, können wir verlängern und dann zusammen addieren, beide, um einen neuen Vektor zu erreichen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht immer so schön, angenommen wir hätten die Kräfte nur in die und in die Richtung, also entsprechend entlang der x-Achse anwenden können, dann würde es uns nicht gelingen, die Kiste nach oben zu befördern, beziehungsweise die Kraft nach oben daraus zu kombinieren. Völlig egal, wie stark wir die einzelnen Vektoren skalieren, vergrößern, das würde an der Stelle nicht helfen, das würde nicht funktionieren. Das heißt, es funktioniert nicht immer, dass man alle möglichen Vektoren aus anderen darstellen kann, sondern nur in bestimmten Fällen. Und genau das wollen wir etwas genauer untersuchen. Und das, was wir formal gemacht haben, ist, wir haben eine sogenannte Linearkombination betrachtet. Also wir hatten ja die Kraft nach links und nach rechts benutzt, die beiden entsprechend skaliert, also die Vektoren verlängert, skaliert, und dann aufaddiert und daraus einen neuen Vektor bekommen. Und man sagt halt, dieser neue Vektor ist dann eine Linearkombination oder als Linearkombination darstellbar der Ausgangsvektoren. Beziehungsweise allgemein, wenn man Vektoren hat, können beliebig viele sein, in Stück aus irgendeinem Vektorraum, zum Beispiel im Rho2, wie in unserem Beispiel, können aber auch andere Vektorräume sein. Das können tatsächlich sogar Vektorräume von Funktionen sein und so was. Und wir außerdem Skalare aus dem Körper haben, das sind die entsprechenden Verlängerungsfaktoren. Dann heißt ein solcher Ausdruck hier, das ist die Summe von i gleich 1 bis n, Lambda i a i, das heißt, wir nehmen jeden Vektor a i und können den noch skalieren mit diesem Skalierungsfaktor Lambda i. Und wenn wir die alle aufaddieren, kann man das auch so aufschreiben, dann nennt man genau das, die Linearkombination der Vektoren a1 bis n, beziehungsweise eine Linearkombination der Vektoren a1 bis n. Das ist offensichtlich nicht eindeutig, es gibt immer ganz viele mögliche Linearkombinationen, die man da machen kann. Wichtig hier an der Stelle ist, diese Notation ist natürlich exakt identisch wie die hier. Das ist nur das Summenzeichen ausgeschrieben. Gucken wir ein weiteres konkretes Beispiel an. Angenommen, wir haben die Vektoren a und b und wir bestimmen jetzt a plus 3 mal b, dann laufen wir in die und in die Richtung. Der resultierende Vektor ist der c-Vektor an der Stelle und deswegen ist c eine Linearkombination von a und b. Weil die Faktoren hier entsprechend vor dem a steht gedanklich eine 1, die wird der Typ Schauer jetzt weggelassen, das ist das erste Lambda und das zweite Lambda ist die 3 und die beiden werden offaddiert und so auf diese Weise hält man c. Und natürlich gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, wie man a und b kombinieren könnte, um andere Vektoren herzustellen. Es gibt Vektoren, mit denen das besonders gut geht. Nehmen wir zum Beispiel die Einheitsvektoren e1 und e2 und wenn ich jetzt so einen Vektor c habe, relativ egal welcher das ist, hier ist jetzt ein konkreter Vektor gegeben, das ist jetzt der Vektor 2,3 und den kann ich natürlich mithilfe der beiden Einheitsvektoren e1 und e2 als Linearkombination darstellen. Ich muss einfach den Vektor e1 zweimal nehmen, das ist hier, und ich muss den Vektor e2 dreimal nehmen, das ist der hier, und wenn ich dreimal den Vektor e2 nehme und zweimal den Vektor e1 nehme, also diese Linearkombination hier, dann bekomme ich genau den Vektor 2,3. Das heißt, mit diesen Einheitsvektoren kann ich diesen Vektor herstellen. Und an der Stelle sieht man auch schon, wenn man scharf hinguckt, im Prinzip kann ich mit diesen Einheitsvektoren jeden beliebigen Vektor in der Ebene herstellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch im dreidimensionalen Raum, also wenn ich so einen Vektor 2,3,0 habe, habe ich jetzt einfach eine weitere Komponente hinzugefügt, liegt also hier in der entsprechenden Ebene aus x und y. Dann kann ich diesen Vektor natürlich auch mit Hilfe der beiden Einheitsvektoren e1 und e2 herstellen. Die haben jetzt eine Komponente mehr, weil das jetzt Vektoren mehr auch 3 sind, also das ist der Vektor 1,0,0 und das ist der 0,1,0. Und wenn ich die entsprechend mit dem Faktor 2 bzw. 3 skaliere und das so berechne, dann bekomme ich auch diesen Vektor, das ist das, was hier dargestellt wird. Also das Bild von eben habe ich einfach in die Ebene hier verlegt. Das gilt natürlich beliebig quasi. Und diese Beobachtung, dass es teilweise möglich ist, Vektoren als Linearkombination von anderen Vektoren darzustellen, das gucken wir jetzt nochmal genauer an. Dazu gibt es eine Definition und zwar die sogenannte lineare Abhängigkeit. Also, wenn man einen Vektor durch die anderen darstellen kann, dann heißt er linear abhängig. Die Definition sieht aber ein bisschen anders aus. Das ist so eine formale Definition, wie man sie typischerweise findet für diesen Begriff. Wir nehmen Vektoren a1 bis a1 als Vektoren eines Vektorraums, auch hier wieder beliebig. Das können unsere Vektoren in unserem Vektorraum r hoch 2 oder r hoch 3 sein. Das können aber auch, was wir später noch sehen werden, Funktionenräume sein, wo wir wirklich mit Funktionen arbeiten und die dann irgendwie skalieren wollen. Und dann gucken wir diese Gleichung an hier. Das ist die Gleichung Summe von i gleich 1 bis n über Lambda i a i. Gleich 0, das ist eine Gleichung. Also, ich möchte diese Vektoren mit einem Skalar versehen und aufaddieren, dann soll der 0-Vektor rauskommen. Und wenn diese Gleichung eine Lösung hat, bei der mindestens ein Lambda k nicht 0 ist, es dürfen mehrere nicht 0 sein, aber mindestens 1 muss nicht 0 sein, dann wollen wir diese Vektoren a1 bis a1 linear abhängig nennen. Wenn das nicht der Fall ist, heißen sie linear unabhängig. An der Stelle ist eine Sache wichtig. Was Ihnen sofort auffällt, ist, wenn ich alle Lambda i's auf 0 setze, dann ist natürlich, weil ich immer mit 0 den Vektor a i multipliziere, ist das Ergebnis natürlich der 0-Vektor. Das heißt, wenn ich alle Lambda i's auf 0 setze, ist das immer eine mögliche Lösung. Also, diese Möglichkeit, dass alle Lambda k 0 sind, also alles, was wir hier so haben können, das ist immer eine Lösung. Wir gucken jetzt an, ob es weitere, mindestens eine, und wenn es mindestens eine gibt, gibt es tatsächlich immer unendlich viele Lösungen dafür, weil alle Vielfachen davon dann auch Lösungen sind. Und das ist das, was wir angucken wollen, ob es mindestens eine Lösung gibt, außerhalb dieser Nulllösung. Und wie gesagt, dann gibt es automatisch auch unendlich viele. Und das Ding hier ist ein Gleichungssystem, wenn Sie scharf hingucken. Unsere Variablen, die wir angucken wollen, sind die Lambda i's, die heißen sonst gerne auch mal x, hier heißen sie jetzt Lambda. Und so ein lineares Gleichungssystem, das können wir mit dem Gauss-Verfahren lösen. Das heißt, wir können das Gauss-Verfahren benutzen, um zu ermitteln, ob Vektoren linear abhängig bzw. unabhängig sind. Jetzt hatte ich in der Einleitung gesagt, die grundlegende Idee bei der linearen Abhängigkeit ist, dass wir einen Vektor als Linearkombination der anderen darstellen können. Und das sieht man jetzt hier in dieser Definition so ein bisschen versteckt verpackt. Dieser eine Vektor, der als Linearkombination der anderen dargestellt werden kann, das ist der, bei dem das Lambda k nicht Null ist. Das ist genau der. Wir müssen nicht jeden Vektor darstellen können als Linearkombination der anderen. Das muss nicht sein. Wir müssen nur einen dabei haben, der als Linearkombination der anderen darstellbar ist. Und das kann man halt durch diese Formulierung sehr schön und sehr elegant ausdrücken. Das ist der Grund, warum die so gewählt ist. Idee ist, eine, mindestens eine, ist als Linearkombination ausdrückbar. Es müssen nicht alle sein. Und das ist eben genau der Fall, wenn es eine Lösung gibt, bei der das Lambda k nicht Null ist. Und den Teil gucken wir jetzt noch einmal genauer an. Das ist ein Zusammenhang zwischen Linearkombination und lineare Abhängigkeit. Das ist wirklich das Gleiche. Und dazu beweisen wir folgende Aussage. Wenn A1 bis A n linear abhängig sind, dann lässt sich ein Vektor davon, aus diesen A1 bis A n, als Linearkombination der anderen darstellen. Gut, also wir nehmen an. Annahme, ich schreibe das mal auf. Annahme A1 bis A n sind linear abhängig. Das kürze ich mal mit L A ab. So, jetzt gucken wir in die Definition. Was heißt das? Wenn die linear abhängig sind, dann nach der Definition von der vorherigen Folie, dann gibt es ein, gibt es ein Lambda k ungleich Null. Also einer der Vorfaktoren von diesen A i's ist ungleich Null mit, und jetzt das, was erfüllt ist, ist, dass die Summe von i gleich 1 bis n, also wenn ich die alle aufsummiere, mit meinen Lambdas, dass da der Nullvektor rauskommt. Wenn ich das aber habe, dann kann ich genau diesen Ausdruck, diesen Kartenausdruck, Lambda i ak, äh, Lambda k ak, kann ich hier rausziehen, aus dieser Summe. Den ziehe ich einmal da raus, aus der Summe, und schreibe das mal anders auf. Also dann gilt, dass der Nullvektor nichts anderes ist, als die Summe von i gleich 1 bis n, Lambda i a i, das sieht aus wie eben. Und jetzt nehmen wir aber das i ungleich k. Also das nehmen wir quasi extra. Und damit wir nichts ändern, wir ordnen also nur die einzelnen Terme um, und ziehen diesen Lambda k ak, einmal explizit raus. Also, das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Summe hier umgeschrieben, und habe das Lambda k, da fängt auch der Index k, habe das Lambda k, was ja nicht Null ist, habe das einmal rausgezogen, aus der Summe, das heißt, hier ist es nicht mehr drin, ich nutiere das einfach mal als, i darf nicht k sein, also den lassen wir weg beim Aufsummieren, und schreiben den aber hinterher nochmal dran. So, und wenn ich das habe, dann gilt, jetzt kann ich einfach, äh, kann ich einfach Lambda k, äh, ak, kann ich abziehen, also, dann gilt, das Minus Lambda k ak, nichts anderes ist, als die Summe von i gleich 1 bis N, i ist nicht k, Lambda i, ai. Ich bringe einfach das Lambda k, Lambda k, muss man mal deutlicher, Lambda k ak, auf die andere Seite, auf die linke Seite. So, und jetzt, wo ich das gemacht habe, kann ich durch Minus Lambda k teilen, und das ist erlaubt, weil ich ja vorausgesetzt habe, dass Lambda k nicht Null ist. Wäre Lambda k nämlich Null, könnte ich nicht dadurch teilen, würde ich ja durch Null teilen, Lambda k ist aber nicht Null, das heißt, ich teile hier durch einen Wert, der nicht Null ist, weil dieser Wert nicht Null ist, steht allerdings nicht der Nullvektor, und sowas, deswegen alles wunderbar, und damit also, ist ak darstellbar, als Summe, i gleich 1 bis N, wir nehmen, a ist nicht k, das nehmen wir nicht mit Rauen, Lambda i, durch Lambda k, und das ganz gerät ein negatives Vorzeichen, weil wir teilen ja durch Lambda k, jetzt in der Summe, habe ich schon ein Summezeichen reingezogen, ai. Und was wir jetzt sehen ist, dass wir dieses ak, hier steht nur noch der Vektor ak, dass wir den darstellen können, als Linearkombination, der anderen Vektoren, der anderen ai's, also hier sind ja alle, in dieser Summe mit drin, die nicht ak sind, das ist ja explizit rausgenommen, und die werden alle mit so einem Vorfaktor versehen, das war dieses Lambda e durch Lambda k, minus Lambda e durch Lambda k, also das Minus, hier nochmal ein bisschen dicker, gehört noch dazu, das ist der Vorfaktor, und damit haben wir die Darstellung dieses Vektors, als Linearkombination der anderen, und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Also wenn sie linear abhängig sind, dann kann ein Vektor, aus diesem, als Linearkombination der anderen dargestellt werden. Wichtig an der Stelle ist, nicht jeder Vektor, kann als Linearkombination der anderen dargestellt werden, aber mindestens einer von denen. Und hier ist mindestens einer von denen es, der, wo halt der Vorfaktor nicht null ist, Minus. Das Ganze gilt aber auch umgekehrt. Dieser Satz mag sich sehr ähnlich lesen, wie der letzte, aber hier ist die Richtung genau andersrum. Hier behaupte ich jetzt, wenn sich die Vektoren, wenn sich in den Vektoren, A1 bis A1, ein Vektor als Linearkombination der anderen darstellen lässt, dann sind sie linear abhängig. Das ist also die andere Richtung, die Rückrichtung quasi. Und auch das will ich Ihnen einmal beweisen. Also, wir nehmen an, Annahme, in A1 bis AN lässt sich ein Vektor, ein Vektor, und diesen Vektor bezeichne ich gleich, den nenne ich einfach mal AK. Das muss einer von denen sein, also der Index soll jetzt K sein, das K ist wissen wir natürlich nicht, aber einer von denen, lässt sich ein Vektor AK als Linearkombination der anderen darstellen. Der anderen Vektoren darstellen. Gut, was bedeutet das? Auch da nehmen wir einfach wieder die formale Definition raus. Also, also dann gilt, dass AK eine Darstellung hat als Summe i gleich 1 bis n und das K dürfen wir genau nicht nehmen, also i soll nicht K sein. Lambda i das heißt, wir können darstellen, den Vektor AK als Linearkombination der anderen, das ist, wir nehmen alle anderen, die nicht AK sind und multiplizieren die mit so einem Lambda i für geeignete Lambda i. Also es gibt irgendwelche. So, wenn das aber so ist, dann können wir natürlich das AK auf die andere Seite bringen. Also das AK können wir auf die andere Seite bringen. Also, dann gilt, wenn ich das auf die andere Seite bringe, ziehe ich das ab. Also ist der Nullvektor nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis n über i und gleich K. So, i ist nicht K. Lambda i a i der Teil. minus AK. So, dieses minus AK hier an der Stelle, das kann ich jetzt in die Summe mit reinziehen. Ich setze einfach Lambda K auf minus 1. Das heißt, ich kann das schreiben als Summe i gleich 1 bis n über Lambda i a i. Und hier ist jetzt an der Stelle, ich schreibe das einmal drüber, da sagen wir jetzt Lambda K ist gleich minus 1. Mit dieser Festsetzung kann ich das entsprechend in die Summe reinziehen und damit habe ich eine Darstellung gefunden des Nullvektors als Linearkombination der anderen Vektoren, also der a 1 bis a n aller und aufgrund der Besonderheit, dass Lambda i, äh, Lambda K gleich minus 1 ist, sind nicht alle Lambdas, die hier auftauchen, 0. Das heißt, es gibt mindestens ein Lambda K, was nicht 0 ist und deswegen sind die Vektoren linear abhängig nach unserer Definition. Weil Definition war ja diese Gleichung hier, das da soll gleich dem sein, soll eine Lösung haben, bei der nicht alle Lambdas 0 sind und das haben wir jetzt, wenn wir Lambda K auf minus 1 setzen mit den anderen Lambdas, die wir vorher gewählt haben, haben wir die Lösung gefunden. Also gilt also sind a 1 bis a n linear abhängig. So, das war es auch schon mit dem Beweisen. Was dabei hängenbleiben sollte, ist die Idee, dass diese lineare Abhängigkeit bedeutet, dass man einen der Vektoren als Linearkombination der anderen darstellen kann. Und wenn man das kann, also, dass wenn sie linear abhängig sind, das ist genau dann, wenn Beziehungen sind. Also sie sind linear abhängig, genau dann, wenn sich einer der Vektoren als Linearkombination der anderen darstellen lässt. Gucken wir jetzt noch ein paar Beispiele an. Erste Beispiel, wir gucken den Vektor minus 2, 1 an und den Vektor 1, 1, die sind hier dargestellt und die sind linear unabhängig. Man kann den Vektor mit irgendeinem Faktor multiplizieren und wird niemals den rausbekommen, weil x- und y-Komponenten können niemals gleich werden, egal mit welchem Faktor wir multiplizieren. Hier müssen sie aber gleich sein, das heißt, der Vektor lässt sich nie als Linearkombination aus dem darstellen und umgekehrt auch nicht offensichtlich. Also die sind linear unabhängig. Anders sieht das bei den Vektoren aus. Der Vektor minus 2, minus 2 und 1, 1, die sind linear abhängig, weil minus 2, minus 2 ist nichts anderes als, na da fehlt das minus, ist nichts anderes als minus 2 mal 1, 1 und das kann ich natürlich wieder äquivalent auf die andere Seite bringen und deswegen ist, wenn ich den Ausdruck auf die rechte Seite bringe, ist einmal minus 2 minus 2 plus 2 mal 1, 1, 2 mal 1, 1 ist ja hier 2, 2, minus 2 plus 2 und minus 2 plus 2 wird dann entsprechend 0 ergeben, also das hier addiert sich zum 0, Vektor auf und das was hier vorsteht sind die Lambdas, das ist das erste Lambda, das ist das zweite Lambda und die sind offensichtlich beide nicht 0 und deswegen sind die linear abhängig. Gucken wir das nächste Beispiel an, diesmal mit drei Vektoren, wir haben die Vektoren a, b und c und ich baub, die sind linear abhängig. Warum? Wenn wir scharf hingucken, hier ist der Vektor c und den Vektor c können wir dadurch bekommen, dass wir a und 3b aufaddieren. Das heißt, der lässt sich als Linearkombination darstellen. Das ist das, was hier steht. Das ist der Vektor c, also der hier ist der Vektor 1, 2 und den kann ich darstellen, indem ich den a-Vektor nehme, minus 2, 1 und da dreimal den b-Vektor aufaddiere. Das ist hier b. Warum ist das so? Na ja, minus 2 plus 3 mal 1 ist plus 1, minus 1 plus 3 mal 1 ist plus 2. Also kommt genau der Vektor aus. Wenn ich das in der anderen Form aus der Originaldefinition haben will, bringe ich wieder alles auf die andere Seite und dann habe ich 1 mal den Vektor, minus 1 mal den Vektor, minus 3 mal den Vektor und das soll der Nullvektor sein. Rechnen wir uns kurz nach, ob das stimmt. Das ist 1, minus 1 mal minus 2 ist plus 2, 1 plus 2 ist 3, 3 minus 3 mal 1 ist 0, wie man es erwarten würde. Gucken wir die y-Komponente an. 1 mal 2 ist 2, minus minus 1, also plus 1 ist wieder 3, 3 minus 3 ist auch 0, das heißt, kommt direkt den Nullvektor raus. Und das hier sind die Lambdas und die sind offensichtlich nicht alle 0. Tatsächlich sind es sogar nicht alle 0, einer würde ja reichen an der Stelle und wir kriegen aber am Ende den Nullvektor raus und deswegen sind die auch nach Definition linear abhängig. Beim nächsten Beispiel habe ich den Vektor so ein bisschen verändert, den Vektor a. Ich habe jetzt den Vektor a, b und c und ich behaupte, die sind auch linear abhängig. Warum? Wenn ich hier das Bild schon scharf angucke, dann ist der Vektor a eine Art Vielfaches vom Vektor b, nämlich das minus 2-fache. Und das ist das, was man hier sieht, das ist der Vektor a, minus 2, minus 2. Das ist das minus 2-fache von b, von dem hier. Und c spielt eigentlich an der Stelle gar keine Rolle, aber tut auch nicht weh, wenn wir ihn mitnehmen. Wir geben da einfach eine 0 als Faktor davor. Dann passiert ja nichts. Und die Gleichung hier ist offensichtlich erfüllt. Das heißt, ich kann darstellen, den Vektor a als Linearkombination dieser anderen beiden. An der Stelle brauchen wir das c nicht, aber es tut halt auch nicht weh, wenn es mit dabei ist. also mehr Vektoren, tut in der Stelle nicht weh, ist der Faktor einfach 0. Bringen wir auch das wieder alles auf die andere Seite, dann stellen wir fest, dass wir so eine Gleichung hier haben. Das ist einmal der Vektor minus 2, minus 2, das ist a, plus 2 mal den Vektor b, plus 0 mal den Vektor c, das ist egal, und da kommt der Nullvektor raus. Auch hier wieder scharf nach hin, das minus 2, plus 2 ist 0 und hier minus 2, plus 2 ist ebenfalls 0. Also das passt. Und hier sehen wir wieder, dieses Lambda ist nicht 0, dieses Lambda ist nicht 0. Wir haben also mindestens ein Lambda davor gefunden, was nicht 0 ist. Und dass das 0 ist, spielt keine Rolle, weil nicht alle ungleich 0 sein müssen. Es muss nur mindestens 1 geben. Tatsächlich, wenn es mindestens 1 gibt, gibt es auch immer mindestens ein zweites. Sonst würde es nicht funktionieren, offensichtlich, aber 1 würde an der Stelle reichen. Gut, das ist also dieses Beispiel. Hier sieht man, dass man für diese Linearkombination nicht immer alle Vektoren braucht. Und, zweite Sache, dieser Vektor c ist nicht linear abhängig von b und dieser Vektor c ist auch nicht linear abhängig von a. Aber alle drei Vektoren zusammen sind linear abhängig, weil halt a und b zusammen linear abhängig sind. Gucken wir zum Schluss noch einmal an, was Linearabhängigkeit im r hoch 2 und r hoch 3 bedeutet. Fangen wir mit dem r hoch 2 an. Im r hoch 2 ist es so, dass zwei Vektoren genau dann linear abhängig sind, wenn sie zueinander parallel verlaufen. Das heißt, wenn ich sie verschiebe und sie alle im Nullpunkt beginnen lasse, dann sind sie entsprechend auf einer Gerade. Also zum Beispiel die Vektoren a, b und c hier, die liegen alle auf der gleichen Geraden. Die sind alle linear abhängig voneinander. Also wenn ich a haben will, kann ich zweimal b nehmen. Wenn ich b aus a herstellen möchte, halbiere ich einfach a und so weiter. Das c kann ich dadurch bekommen, dass ich b verdreifache oder das b aus c, indem ich das entsprechend Drittel. also ich kann jeweils aus jedem dieser Vektoren den jeweils anderen herstellen oder einen jeweils anderen herstellen. Und die sehen alle so aus. Also lineare Abhängigkeit im r hoch 3 heißt, die liegen alle auf einer Gerade. Zeigen alle in die gleiche Richtung, können unterschiedlich orientiert sein, aus der Fallrichtung könnte anders sein und die Richtung muss immer gleich sein. Wie sieht das im r hoch 3 aus? Da ist es quasi die gleiche Idee. Auch da nehmen wir alle Vektoren, verschieben die so, dass sie im Ursprung beginnen und wenn dem dann so ist, dann müssen die alle in einer Ebene liegen. Und wenn die in einer Ebene liegen, dann sind sie linear abhängig, also genau dann. Also lineare Abhängigkeit im r hoch 3 von drei Vektoren jetzt an der Stelle. Beim r hoch 2 hatten wir genau zwei Vektoren angeguckt. Hier sind es genau drei Vektoren. Also wenn wir drei Vektoren haben im r hoch 3, dann sind die genau dann linear abhängig, wenn sie in einer Ebene liegen. Hinweis oder Achtung, sie könnten natürlich auch alle auf einer Geraden liegen. Das wäre ein Spezialfall davon. Wenn sie auf einer Geraden liegen, liegen sie insbesondere auch alle in der gleichen Ebene. Es gibt ganz viele Ebenen, in der sie gleich liegen würden, aber das wäre damit natürlich auch abgedeckt. Also sie könnten auch alle in die gleiche Richtung zeigen und auf einer Geraden liegen. Das wäre auch erlaubt. Und das waren auch schon die grundlegenden Ideen zur linearen Abhängigkeit und linearen Unabhängigkeit. Auch wenn wir uns da abhängig, Das war's für heute. Vielen Dank.